Ein Applaus für alle Kinder! Wie? Ja! Wie soll das gehen? Ich habe den Würfel genommen, habe den hier reingesteckt, Tür zu und weg und jetzt soll der da drüben sein. Wie soll das gehen? An den Tiau! Ok, ok, also ihr glaubt mir jetzt sozusagen nicht? Ja! Wir machen das so Ben, ich zähle mal bis drei mit den Kindern. Und dann schmeißt du das Ei bitte ganz hoch in die Luft so hoch du kannst, ok? Ok aber hier da da und eher so. Mama? Eins, zwei, drei. Ben schmeiß das Ei auf. Aber ein Zauberer, der zaubert einen eigentlich nur herbei, er lässt es aufstehen. Was ist damit? Der ist kaputt? Wollt ihr mich jetzt reinlegen?